Ey! Ey, ihr Drecksviecher! Die greifen nicht an! Jaaa! Da schwimmt seine Scheiße dort hinten! Mann, ich muss nachladen. Wo ist er denn? Ich seh ihn ja nicht. Ach, dort ist er. Einer ist tot. Oh! Einer ist drinnen, hinter dir, warte. Wo ist er? Einen hab ich. Ich auch. Noch einer. Noch einen. Mit der Pistole, Alter. Was ist denn das für eine geile Pistole? Echt? Ja, geil. Du musst halt tappen wie eine Sau, aber ich hab das Geschenk hier hingebaut hier oben. Ist das mit irgendwas? Was macht denn das? Was ist ein Geschenk? Das hier, das Große. Das ist als Schutzschild oder was? Ach so, weiß ich nicht. Ach so, das ist das, was wir hinbauen und backnommen können. Ja, so groß ist fettes. Zeig mal, also ich weiß nicht, wo hast du es hingebaut? Hier oben, ja. Ach so, ah! Ach, da kannst du drin verstecken, oder? Ne, ich weiß es nicht. Ne, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was soll das jetzt hier? Los, wir holen uns schlopp. Ja. Ich hab nämlich, ich hab auch noch ein Weihnachtspaket. Ja, du hast gewunden gerade. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich schmeiß es hier auch mal in die Botanik. Aber es ist ja einfach auf, ich denke mal als Schutz oder so. Warte mal, ich schmeiß das mal direkt vor mich. Ja, da bin ich drin, ja. Ich hab Heilung. Und Schildi Schildrank. Geil. Da steh ich drin. Wie bestellt und nicht abgeholt. Oh, ne Birne. Hier unten. Bei mir. Was? Ja. Der snipet. Hinterm Container. Einen hab ich. Okay. Vorne zwei. Die haben sich angefasst. Okay. Sie haben sich angefasst. Die haben unsere Möbel gebracht. Ja, ist ja eine nette Geste. Blaukraut bleibt Blaukraut. Oh, die Namen. Wer sagt das? Dann links unten, oder? Ach so. Oh, da oben auf dem Dach. Da lächst nach Patronen. Da lächst nach Hitz. Oh, hier unten am See ist er auch wieder getümmelt. Wollen wir erstmal da hinkommen? Ah, ist. Ich bin tot. Wir hätten. Ah, er aber auch. Er liegt erstmal. Der Lappen. Ah, der ist nicht alleine. Ne, ja. War bestimmt ja in den Typ oben. Oh, 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 oh. Die Entdeckung. Ich mach den mal fertig hier. Oh. Oh. Die Waffe genommen. Das ist so ein Arschloch. Wo ist der Pistot? Da hin ist er. Ander Bricker. Ah. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Neun Sekunden dauert das Wiederbeleben sogar. Warte mal gucken. Hier liegt ein Schildrang hier hinten. Glaub ich. Ja. Hier liegt noch gefüllt in Medizin. Ey! Ey! Ihr Drecksviecher! Warte! Die greifen nicht an! Die Arschlöcher! Was war denn das? Keine Ahnung. Knallt ab, die Hurenviecher. Das sind Bruthähne. Alter, die Pistole ist übel. Wer nimmt da mal das Gewehr jetzt? Warst du das oder habe ich das gehört? Was? Ich glaube, du warst das. Das war ich bestimmt. Nee, da sind andere Schritte bei. Ja, weil ich bin nicht im Auto. Oh, Frau Höfe, sie sind verzweigt. Scheiße. Mist, wir sind tot. Aber einen hatte ich noch. Cool. Ich lebe da aber drauf, schade. Mist, ich dachte, ich habe das eingesehen. Das hätte ich mich... Ach man, du hast dich zu schnell rausgestutzt. Ja, das war Mist, man. Die wussten von uns nicht. Und dann kamst du. Hier liegt unsere Siegeskrone. Ja, dann kam ich ja. Ich habe gestern mal versucht, aber ich habe dann aufs Maul gekriegt, weil Zahnschmerzen, weißt du, kannst dich nicht konzentrieren. Das ist alles scheiße. Da ist ja eine gewisse Grundaggressivität schon. Ja, das ist richtig. Da funktioniert nichts. Das ist... Jeder Scheiß regt dich auf. Ja, wenn es dann ja noch ruckelt, weißt du. Oh, was ist denn das? Eine Birne dort. Da ist eine Birne. Was, eine Birne? Ja, hier mit so einer Fliege in den Teppch. Abknallen, unbedingt. Ja, ich muss erst mal runter. Schnell. Ist sie bei uns im Dorf gelandet? Ja, 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 ja. Ich sehe ja nichts. Wenn der jetzt kommt. Wo ist der? Es hängt schon wieder. Alter, es ist so dumm. Das ist irgendwo hier oben in dem Haus. Ich hab doch... Boah, was leckt denn hier? Ja, versucht er schon. Er ist kaputt. Jawoll. Den misse ich gleich mal hier. Hier liegen Waffen rum. So. Ja, mehr geht nicht. Ja, wollen wir rüber hier zu unserem Berg hier drüben? Mhm. Boah, ich hab das. Ich muss mal... Ich hab den Spring vergessen. Bin ich stehen wo? Oh, Junge. Da willst du die Antwort nicht hören. Nee. Werdet ja in den weihnachtlichen Feidl ziehen. Mit meinem Schwert. Kostenloser Kill, alter. Geil. Stand hier rum. Das war eingenickt. Rausgeschmissen aus dem Bus. Letzte Abfahrt, weißt du? Mh. Mhm. Erbarmungslos, Junge. Ey, die Schrotflinde, bitte. Position. Schrotflinde, bitte, bitte, bitte. Halt, halt. Oh, es kommt jetzt schon. Was, hierher? Ja. Na, wir sind noch gleich hier drin. Ja, aber ich wollte gerne hin in die Kisten. Ja, ich war auch eigentlich. So lange waren wir doch gar nicht hier. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch dämlich an. Ich habe mal Erik gefragt, der meint, das geht viel schneller als früher. Das ist jetzt hier extrem schnell. Es gibt auch mehr so Stürme. Also, ich glaube nicht. Es gibt es ja hier. Warte mal, gucken wir auf die Map. Sturm 2 von 12. Ich glaube nicht, dass es früher 12 Stürme gab. Also, es waren gefühlt 5 oder 6. Oh, hier, wir sind noch in unserer Werkstatt. Geil. Da finden wir ein Auto, dann können wir ja nochmal schnell durchschmökern. Ja, ja. Ja, Moped steht hier rum. Hier ist alles offen. Noch ein Auto. Für dich, für mich, für jeden Auto. Alles geplündert, die Affen. Unser Zeug. Unser ist das genau. Sie hat meine Kiste hier drin. Meine. Na los, fahren wir die Zone. Heiß die Hillzeit. Ah. Der wird geschossen. Ja, dann schießen wir mit. Das gibt es aufs Maul. Das waren bestimmt die Lappen, die unsere Kisten genommen haben. Jetzt gibt es ja Tote, Jungen. Tote und Schwerstverletzte. Ja. Oh, die Sonne, komm ich weiter. Warte. Oh ja, die Zäune kommt. Laufforst, zum Auto. Oh, jetzt ist noch ein Erschossen. Wo steht die Karre? Wo steht die Karre? Ach, da hinten. Da hinten am Baum. Hier. Oh, ja, ja. Rein in die Bude. Oh, was ist denn? Oh. Was ist denn? Oh, es hing wieder übelst, Alter. Wo? Schießt was auf mich? Was ist wo? Ich glaube, hier hinten am Baum. Was ist das? Oh, ich glaube, ich glaube, ich habe mir doch nicht meine Medizin anraut. Oh, ich glaube, ich habe mir doch nicht meine Medizin anraut. Oh. Oh, das ist ja auch wieder. Na ja, guck doch mal oben aufs Licht. Aufs, oder, auf links. Ich sah noch ein paar Medizin. Ach, eine Lila ist da. Bestens. Alles da. Oh, ihr Füßer. Ja, da drinnen sind sie. Oh nein, ich habe auf die Tussi geschossen. Ach so. Jetzt ist sie stinkig. Boah. Ja, da muss ich halt töten. Ja. Geht das? Ja. Krass. Ich habe ja unten so einen anderen Typen umgenietet. Da war, glaube ich, auch direkt weg, da muss er allein gewesen sein. Das war für mich, als ich sie nicht gesehen hatte. Ja. Mist, die tut mir ja leid. Oh, hier. Was ist das? Weihnachtsgeschenke, Alter. Was? Hier. Oh. Untersuchen. Was gibt es da? Keine Ahnung. Da ist irgendeine Phase da. Steht irgendwas. Phase 2 und 4. Hat den gemacht. Das war es. Wir müssen mehr finden wahrscheinlich. Ja. Okay. Hm. Hm. Da sind wir da die große Kisten verarschen oder was ist das? Ja. Wo ist denn das? Hier sogar keiner. Man hört es immer brummen irgendwo und dann guckst du hin. Da denkst du dir, Alter, hier guck mal, das kann doch gar nicht sein. Auf dem Dach vielleicht. Nee. Alter. Wir müssen am höchsten mal auf den Berg oder? Das wäre auch ein Vorteil, denk ich. Die Zone wandert auch. Oh, da unten sind sie. Oh, da unten sind sie. Was? Eine Munition. Oh, geil. Ich hab schon keine Scharfschutz-Munition, Alter. Was schießt denn hier? Irgendwas schießt da hinten. Da hinten noch. Ja. Kann man stehen dort. Ich seh ihn nicht, aber er scheint nicht zu sehen. Mich hat er auch gerade. Aber wie? Na los. Geh mal in die Zone. Aber wie? Er war gleich über die Hälfte weg. Hm. Die Tricks mal aus. Die denken. Sie kommen zu uns. Derweiler fahren wir ihnen am Arsch vorbei. Hier schön, am Rande der Legalität. Am Rande der Legalität. Und dann fangen wir sie hier oben am Berg ab. Hier oben ist doch gut. Oder da drüben noch besser. Oh, was? Kein Sprit? Scheiße. Und dann werden wir tanken sollen. Bing, bing, bing. Hier oben ist das Auto noch. Ja. Mal gehen wir hier raus. Gucken wir hier schön vom Berg. Heute noch ein paar Mumpeln. Na, ich kann ja mich geben. Aber nur wenn du kannst. Na ja. Ja. Ja, zack. Ist ja nur für Notfälle. Danke. Die müssen da drüben von diesem Sendeturm kommen, oder? Da ist so die Richtung. Äh, ja. Äh, ja. Eigentlich schon. Oh, die Zone ist ja schon wieder weggewandert, alle. Ey, man ist doch gerade erst angekommen. Was ist denn los heute hier? Mann. Oh. Sie kommt erbarmungslos. Der hat alle. Oh. Ey, es ist ja nur noch... Es sind ja nur noch wir und noch einer. Ja. Ja, der Gelbe da unten. Der hat alles. Der hält sich für einen ganz Dicken. Der kriegt gleich Kasala, Junge. Der kriegt gleich einen ganz Dicken. Ja. Wir fahren hier hinten auf unserer Position, auf dem Berg. Mhm. Und dann servieren wir ihn ab, den Hund. Ja, hoffentlich. Wir sind eh noch mehr. Also er kann nur auf einen schießen immer. Ja. So schnell raus auf den Berg. Da kommt der Hurensohn. Oder wenn wir ein Auto rumfahren können, bis er in der Zone verreckt. Naja. Wo ist er denn? Den kriegt man auch so. Irgendwo hier unten muss er sein. Hier hinter der Insel irgendwie. Ja, ja. Ich denke mal, der wird so am Baum gleich vorgucken. Oder am Stein dort. Oh. Er snipet. Naja. Was andere kann er doch nicht. Er sitzt immer im Gebüsch. Einmal hab ich schon getroffen. Also der Schild ist noch nicht eingefunden. Ey, wieso treff ich ihn nicht? Oh. Schild hat er auch weg. Er ist wieder hinter die Insel gerannt. Ja, muss irgendwie... Oh. Er will schießen, der Assi. Jetzt kommt er raus. Hit. Hinterm Stein. Hint. Hit. Sieg. Geil. Ja. Da schwimmt seine Scheisse. Da schwimmt seine Scheisse. Da schwimmt seine Scheisse. Schön, dass ihr da hinbekommt. Ja. Ja. Ha. Bis zum nächsten Mal.